Der AC Mailand hat wie erwartet Christoph Piatek verpflichtet. Der Angreifer wechselt für 35 Millionen Euro vom FC Genua in die Lombardei, wo er einen Vertrag bis 2023 erhält. Da sich Gonzalo Higa nach nur einem halben Jahr bei den Rossoneri nicht mehr wohl fühlte, wurde das Leihgeschäft mit dem Argentinier vorzeitig beendet. Als Ersatz hat Milan nun Christoph Piatek an Land gezogen, die in der laufenden Saison schon 13 Mal in der Serie A knipsen konnte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017